Guten Morgen, Wochenmitte und wir haben einiges zu besprechen. Es gibt nämlich doch die eine oder andere wichtige neue Nachricht aus den vor allen Dingen politischen Lagern. Aber zunächst kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grewe, die einen schönen guten Morgen. Tja, der Dow Jones gut aufgelegt am gestrigen Abend. Heute Morgen Asien, ein Feuerwerk der guten Laune. Wird sich das Ganze nach Frankfurt fortsetzen? Es sieht zumindest danach aus, Martin Moin aus Frankfurt. Denn dieser Optimismus, der hat natürlich einen Grund, oder meistens haben sie ja mehrere Gründe, aber vor allem der Fortgang der Gespräche, also dass man sich überhaupt unterhält, USA, China, was diese Handelsstreitigkeiten betrifft, das wird schon mal einfach als ein positives Zeichen gewertet. Dann hat Donald Trump auch noch geäußert, ja, denkt auch darüber nach, die Deadline vielleicht zu verschieben. Also eigentlich müsste man bis Anfang März ja in die Puschen kommen und sich da einigen, sonst würde ja die nächste Runde der Strafzölle eigentlich greifen. Und dass man hier jetzt eben zumindest darüber nachdenkt, das Ganze zu verlängern, das kam gestern an der Wall Street schon gut an. Und heute Morgen sehen wir das eben auch deutlich an den asiatischen Börsen. Grüne Vorzeichen beim Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite. Und gestern, der Optimismus hat ja auch dem DAX schon geholfen. Weil neben der einen Dauerbaustelle haben wir ja auch noch die andere, nämlich das Thema, droht nochmal ein Shutdown in den USA? Oder kriegt man jetzt mal einen Haushalt irgendwie hier gebacken? Und auch da sah es ja zumindest danach aus, als hätte man jetzt hier eine vorläufige Einigung erzielen können zwischen diesen beiden Lagern. Ob das dann letztendlich so über die Bühne gehen wird, das muss es hier natürlich immer noch zeigen. Aber immerhin, die große Überschrift wäre quasi Hoffnungsschimmer bei diesen beiden Dauerbaustellen. Und das hat uns gestern ein Stück beflügelt, das hat die asiatischen Börsen heute Morgen schon leicht euphorisiert. Und es sieht danach aus, als könnte der DAX jetzt eben auch den dritten Handelstag, jetzt hier nach zwei sehr guten Handelstagen, nochmal weiter im Grünbereich zumindest erstmal starten. Also nach Puste ausgehen sieht es zumindest jetzt gerade nicht aus. Ja, das klingt zumindest mal sehr vielversprechend. Dir einen schönen Dank für den Überblick. Und wir kommen zu, ja, ganz kurz nochmal zu den Werten, die heute ihre Geschäftszahlen melden werden. Das ist einmal nach Handelsende, unter anderem Yelp. Ich hatte schon gesagt, es geht jetzt so um die zweite Reihe, unter anderem. Aber wir haben morgen natürlich Nvidia mit dabei. Also es wird noch ein bisschen was geboten. Wir haben noch ein bisschen Spaß in der laufenden Woche, bevor das Ganze dann langsam rausläuft. Was Sie nicht vergessen sollten, ja, was immer so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wir haben noch viele China-Werte, die ebenfalls ihre Quartalszahlen melden werden. Und ich denke mal, dass die Erwartungshaltung bei vielen wirklich so niedrig mittlerweile angesetzt ist. Selbst wenn sie jetzt 15 oder 20 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen sind. Aber die Erwartungshaltung für das vierte Quartal sicherlich so niedrig, dass man da mit einer positiven Überraschung bei dem einen oder anderen rechnen darf. Jetzt ganz kurz der Blick zurück. Nicht im Zorn, sondern zu unserer aller Verwunderung. Politische Börsen haben kurze Beine. Das habe ich mal gelernt. Ich bin ja auch schon seit 25, 30 Jahren an der Börse. 25 Jahre sind es. Und politische Börsen haben doch mittlerweile relativ lange Beine in der Ära Trump. Schauen wir uns Asien ganz kurz an. Genau, das ist das, was wir bereits mal angedeutet hatten. Was die Kollegin angedeutet hat. Nikai, Shanghai Composite und Hang Seng. Deutlich vorne. Der Hang Seng jetzt mittlerweile rund 12 Prozent seit Jahresbeginn im Plus. Und das Ganze verdankt man unter anderem Tencent. Das sollte man immer nicht glauben, wenn man sieht, wenn ich mir den DAX 30 beispielsweise anschaue, selbst wenn da Aktien besonders gut laufen, dann bleibt der Einfluss, er ist sichtbar, aber er bleibt gering. Das sieht bei Tencent ganz anders aus. Hier liegt der Einfluss auf den Index, auf den Hang Seng Index, ja, 20, 25 Prozent. Das ist in etwa die Stellgröße. Und wenn die Aktie sich bewegt, bewegt sich der ganze Index. Also eigentlich sollten sich die Chinesen da tatsächlich bei Tencent bedanken. Auf der anderen Seite, ja, die Probleme beim Online Gaming und natürlich der Handelsstreit hatten das Papier auch massiv im letzten Jahr belastet und zu einem Absturz gesorgt. Aber jetzt sind wir über der 200-Tage-Linie. Finde ich persönlich immer ganz charmant, kann man sich sicherlich mal anschauen auf der Long-Seite. Was haben wir dabei? Ach ja, genau, Apple haben wir mit dabei. Sieht man vielleicht gar nicht so, aber auch hier seit dem Jahreswechsel, kurz danach, sind es doch mittlerweile 20 Prozent, die die Aktie nach oben gelaufen ist. Jetzt so ein bisschen im luftleeren Raum. Wir sind über der 38-Tage-Linie, bis zur 200 ist es noch ein bisschen. Und jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger da im Niemandsland angekommen. Die Aktie sicherlich vor dem Hintergrund jetzt auch, dass sich die Handelsgespräche vielleicht tatsächlich positiv entwickeln, dass die drohenden Strafzölle nach hinten verschoben werden. Davon sollte Apple profitieren können, denn eine der großen Sorgen der Anleger war ja, dass das Material, das aus China rüberkommt, die iPhones, dass die höher besteuert würden und dass dann Apple ein Problem bekommen würde. Entweder auf der Gewinnseite, weil sie es in die eigenen Bücher nehmen, auf die eigene Kappe nehmen oder nachlassende Nachfrage, weil sie ganz einfach die Kosten an die Verbraucher weitergeben würden. Scheint sich erstmal nicht so darzustellen. Bei Under Armour hatte ich gestern mit dabei, ist jetzt natürlich untypisch, sowas am Morgen mitzunehmen, aber wir fanden doch die Kursreaktion sehr interessant. Und wenn Sie sich das mal anschauen, die haben gestern Zahlen gemeldet. Die waren ordentlich gewesen im Rahmen der Erwartungen, was den Umsatz betrifft, ein bisschen besser gewesen. Vor allen Dingen beim Gewinn lief es eigentlich schon relativ ordentlich. Ein sauberer Ausblick. Und dann ist die Aktie tatsächlich von 1960 bis hochgelaufen, 22,35. Und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn wir uns das mal etwas längerfristig anschauen. Sehen Sie hier der Bruch 200-Tage-Linie, Pullback auf die Ausbruchslinie und ab geht die Luzi. Sieht also, wie gesagt, vielversprechend aus. Und wir haben ja hier ein kleines Doppeltop ausgebildet. Das heißt, die 24, naja sind es vielleicht 24,50, die 24er Marke, 24,50 Marke, das wird wichtig sein für die Aktie durchzukommen. Und dann könnte es, wenn wir das hoch rausnehmen, 25, und das spricht ja jetzt einiges dafür, dann könnte nochmal richtig der Korken knallen. Also aus der zweiten Reihe bei den Sportartikelherstellern, Underarmer, sicherlich eine ganz heiße Geschichte. Genauso heißt der Want-Index. Ich spaß mir jetzt einfach immer die Einzelwerte aus China mitzubringen. Da ist ja der Alibaba ist ja mit dabei, NetEase ist mit dabei, Tencent ist mit dabei und vorne dran, das W steht für Waibo. Also eine Art Twitter-Klon sieht momentan vielversprechend aus. Beruhigung im Handelsstreit bedeutet gleichzeitig Aufschwung bei diesen Werten. Und Sie sehen es, auch hier stehen wir unmittelbar vor einem doch recht knackigen Ausbruch. Auch da gibt es Produkte drauf. Wir haben Zertifikate aufgelegt mit verschiedenen Faktoren. Dann müssen Sie nicht Einzelinvestments tätigen, sondern können sich so einen kleinen Korb direkt einkaufen. Beim DAX, ja, bleiben wir einfach zuversichtlich. 11,2, 11,3 vielleicht, das dürfte so in etwa die Range sein. Wird wichtig sein, hier vielleicht mal rauszukommen, damit wir noch ein bisschen Gas nach oben geben können. Hängt aber natürlich auch von den Einzelwerten stark ab, wie da die Nachrichtenlage ist. Aus dem Nebenwertebereich hören wir momentan relativ gute Dinge. Von jener Optik haben sehr schöne Zahlen abgeliefert. Es waren aber die erwartet starken Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. 834 Millionen Euro Umsatz im letzten Geschäftsjahr. 825 Millionen waren erwartet worden. Das EBIT 95 Millionen Euro und das ist eine EBIT-Marge von 11,4 Prozent. Alles im Rahmen der Erwartung garniert mit einem wirklich guten Ausblick. Starke Auftragseingänge. Und der Kollege Schröder hat ja jeden Optik in seinem Real-Depot. Dann unser täglich Wirecard gibt uns heute. Das wird sicherlich wieder eine sehr spannende Geschichte werden. Man sieht das eigentlich immer gar nicht so, wenn man sich den Strich hier anschaut. Das sind ja jetzt vielleicht 14 Tage, wo es wirklich so knallauffallen nach unten ging. Aber wenn man sich die ganzen Tagesverläufe anschaut, da kann einem wirklich Himmelangst und Bange werden. Und jetzt gibt es die Nachricht, dass in den USA die Anwaltskanzleien, also die Geier, dass sie jetzt schon das Kreisen anfangen und Sammelklagen vorbereiten. Das heißt, sie trommeln da ihre, trommeln mögliche Geschädigte dieses Kursverlustes zusammen und wollen dann eine Sammelklage anstrengen. Das sollte man nicht unterschätzen, die Gefahr, die sich daraus ergibt. Das haben die auch schon bei Volkswagen relativ erfolgreich gemacht und getan. Und das könnte dann für Vorstand und Aufsichtsrat wirklich unangenehm werden. Vor allen Dingen kostet es Zeit, es kostet Mühe und es dient jetzt nicht unbedingt der Aufklärung. Da geht es also wirklich um Schadenswiedergutmachung. Die Commerzbank, ja, Schadenswiedergutmachung ist nicht das richtige Stichwort. Wir kommen irgendwie aus dem Abwärtstrend nicht raus. Der ist weiterhin intakt, sieht nicht allzu gut aus. Aber morgen kommen ja Quartalszahlen und dann vielleicht ein Wunder. Wenn ein Wunder geschieht, dann werden wir vielleicht mal einen Impuls nach oben sehen. Wir hätten jede Menge Luft für Kursgewinne, also kurzfristige Kursgewinne. Und auch hier gilt die Erwartungshaltung mittlerweile bei den deutschen Banken so niedrig, dass selbst irgendwo eine kleine Kerze, die am Ende des Firmaments brennt, dass die schon für einen ordentlichen Kursschub sorgen könnte. So, das sei es von meiner Seite gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, gute Kurse und wir sehen uns dann um 14.40 Uhr mit der Vorbörse wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.